Hallo, hier ist Steffen von Love in New York. Die Freiheitsstatue zählt zu den beliebtesten Attraktionen von ganz New York. Und ihr habt verschiedene Optionen, sie zu sehen. Welche es ganz genau sind, seht ihr jetzt in unserem Video. Die Freiheitsstatue steht auf Liberty Island, einer kleinen Insel vor Manhattan. Um sie zu besuchen, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Die Bootstouren zur Statue of Liberty sind sehr beliebt und wenn man weiß wie, auch günstig. Andere sind etwas luxuriöser, wie zum Beispiel die Hubschrauberflüge. Und wenn ihr in das Innere der Freiheitsstatue wollt, gibt es wiederum mehrere Tickets. Und schließlich gibt es sogar eine kostenlose Option. Wie komme ich nun zur Freiheitsstatue? Ihr könnt mit drei Arten von Tickets die Freiheitsstatue besuchen. Die erste Möglichkeit, die Insel zu betreten, ist eine Bootstour inklusive Zugang zur Insel. Dieses Ticket ist in vielen Sightseeing-Pässen enthalten und ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Freiheitsstatue zu besuchen. Die zweite Möglichkeit beinhaltet die Bootstour zur Insel und den zusätzlichen Zugang zu beiden Plattformen der Freiheitsstatue. Die dritte Möglichkeit ist das sogenannte Kronenticket. Damit könnt ihr neben der Bootsfahrt zur Insel beide Plattformen besuchen und bis in die Spitze der Freiheitsstatue steigen. Die schnellste Möglichkeit, die Freiheitsstatue zu besichtigen, ist eine Tour per Boot. Diese Ausflüge machen nicht auf der Insel halt, sondern stoppen ca. 100 Meter davor. So könnt ihr großartige Fotos von der Freiheitsstatue machen. Eine unvergessliche Option, um den Blick auf die Freiheitsstatue zu genießen, ist definitiv ein Helikopterrundflug. Die ganz in der Nähe starten. Eine kostenlose Option ist die Staten Island Ferry, die zwischen Manhattan und Staten Island pendelt. Ihr seid zwar etwas weiter weg, aber dennoch ist der Blick wirklich schön. So, jetzt kennt ihr alle Optionen, die es gibt, um die Freiheitsstatue zu besichtigen. Und wenn ihr wissen wollt, welche tollen Spots wir euch empfehlen, wenn ihr wieder zurück in Manhattan seid, schaut einfach auf unserer Webseite vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.